hallo playstation community am 28 am sony center ist die hölle los da gibt es dann die playstation 4 da geht es in die neue generation des gamings geht es richtig ab das ding kann man auch kaufen und dann machen wir da ordentlich ein bisschen so eine abfahrt ich bin dabei und hier wie bei so einem lkw die hupe oder hier die hupe vom auto ich freue mich bis dahin tschüss